moin moin und herzlich willkommen zurück die elder scrolls arena warum wir hier jetzt auf einmal so einen sprung haben erkläre ich mal so mir ist obs abgeschmiert mit einer aufnahme das heißt von der letzten folge ist fehlen die drei minuten die letzten drei minuten aber es war eigentlich im grunde nur wir waren und hier irgendwo bis hierhin durchlaufen wir waren da einmal drin und dann noch mal hier und ja jetzt versuche ich erstmal weiter zu machen aber ist es mir halt abgeschmiert und ja und ich jetzt auch nichts mehr dran ändern war ist auch nicht viel groß passiert außer dass wir mal attackiert wurden von genau von so einem troll der hier irgendwo wieder sein muss nur halt keine ahnung wo ich glaube hinter der wand dass er diesmal hinter der wand ist bekommt irgendwo einer da war er ja und er hat nichts natürlich wird aber sagen wir machen wieder viel ding an und schauen mal wo wollten wir hin wir wollten da lang aber das hier wollten wir auch noch mal erkunden deswegen gehen wir noch mal oder warte ich glaube der weg wäre jetzt zu lang und da hinzukommen weil wir müssten dann noch mal hier raus hier dann soll man herumfliegen und dahin vielleicht kommen wir später noch mal dahin aber jetzt erstmal gehen wir vielleicht den anderen weg war halt nur ein bisschen doof gelaufen dass mir obs abgeschmiert ist war naja kann man manchmal nix dran ändern aber immerhin läuft es jetzt wieder ist aber ein langer weg aber wir können hier einmal geradeaus oder nochmal zurück und rechts wir sagen wir gehen mal geradeaus hier kommt kein toll natürlich natürlich unsere beide tote ich glaube schon die frage ist wo müssen wir hin weil um obs wieder hinzukriegen sind jetzt wieder paar stunden vergangen weil ich einfach sagen wir mal so ich bin noch ein bisschen zu dumm für obs und ich hatte bisher mit obs noch nicht zu oft schwierigkeiten gehabt weswegen das dann für mich erstmal neu war und da hat die dann wirklich mal ein bisschen länger für gebraucht gehabt okay hinter mir ist jetzt keiner okay das wäre dasselbe weg gewesen okay der weg hätte uns so oder so hierhin geführt jetzt ist die frage gehen wir zuerst hier rein oder oder wollen wir doch erstmal geradeaus oder da ich glaube wir gehen erstmal rechts in diesen einen raum hier war doch irgendwo ja da ist er was ist denn hinter ihm also noch einer ja doch brauchen wir nicht hier scheint es sonst nix zu geben ach da ist er und da war wieder noch einer habe ich gerade gesehen links ja ne das ist ein anderer geist da ist der nächste oh SHIELD ist wieder vorbei und HEAL TRUE machen wir nochmal hier sind aber echt viele geister und da war nur ne tür aber wollten aber da war noch ne geheimtür Okay, schauen wir mal, ob wir erstmal überhaupt irgendwo rechts nehmen können. Da haben wir wieder so einen Geist. Okay, wo ist denn die Tür? Geradeaus irgendwo. Gleich drei Stück von denen. Und, ist hier noch eine Tür? Ah, okay, hier wären wir angekommen. Okay. Aber hier ist noch eine Tür. Mit nichts. Hat sich voll gelohnt. Ja, komm, ich will da vorbei, hallo. Ah, hier hat sich gelohnt. Okay, jetzt erstmal den ganzen Weg zurück. Und, dann wollen wir hier mal hin. Der ist aber auch riesig, der Dungeon hier. Ich glaube, das ist bisher der größte. Abgesehen von allen der, äh, des Kolosses, oder wie jetzt hießen. Ja, aber der hier ist bisher nur eine einzige Ebene. Und riesig. Ah, hier sind wir wieder. Oder, oder, waren wir hier? Ich komme mir auf jeden Fall bekannt vor, vertraut vor. Hier scheint auch noch irgendwas zu sein. Genau, von da kamen wir mal. Okay, hinter uns ist was aufgegangen. Ja, wir boxen erstmal durch die Wand. Hat er was? Nichts hat der Zombie. Hier ist auch nichts. Aber vielleicht eine geheime Tür. Nein, keine geheime Tür. Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Ja, aber damit, hier kommen wir genau da an, wo wir schon mal waren. Okay, dann gehen wir... Boah, wo kommen die denn auf einmal her? Schnell nochmal... Spielding und... Spiel 2. Okay, der hat wenigstens 10 Gold. Und der andere? Können wir nicht mehr anklicken. Hinter uns war jetzt niemand. Ah. Immer diese Höllenhunde. Die verballern aber auch ordentlich immer mein Spielding. Hier geht es aber auch nicht weiter. Das, hier. Hier geht es weiter. Hier ist irgendwo eine geheime Tür. Okay, wo sind wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen erstmal irgendwie Richtung Süden. Suchen uns einen Weg. Ich glaube, hier ist auch schon langsam Ende, wo wir sind. So ist Richtung Westseite. Ah, da haben wir einen Vampir. Hier ist der Mausoleum. Achso, das ist schon der. Äh, you stand near a mausoleum. Äh. Egal. Nochmal shielding. Und hier. Wo ist er hin? Ach, hat er sich selber verbrannt? Ja, einen Stab hat er. Äh, you stand near a mausoleum. Äh, runic inscription reads... Äh, äh, kulantier. Make it last rest. The years seem to have, äh, rusted this iron gate shut. In the ground is undisturbed. Your footfalls kick small cloud of dust that hang in the still dead air. Gut. Aber hier, nach dem Vampir, speichern wir einmal. Nicht, dass wir hier aus Versehen noch mal drauf gehen oder so. Und den ganzen Weg hier noch mal suchen müssen. Ah ja, den hatten wir ja schon gelootet. So. Aber schuld. Ah, okay, das ist nur das hier gewesen. Ist jetzt aber nicht großartig irgendwie viel, was hier ist. Hier geht es aber auch nicht wirklich Richtung Süden. Ja, dann suchen wir erst mal den Weg Richtung Westen. Ich will jetzt wissen, wo da hinten der Rand ist. Ähm. Nochmal und... Shielding und... Noch einmal. Alter. Shift-J, hallo. Funktioniert nicht. Warum hat jetzt Shift-J nicht funktioniert? Gut, dass wir gerade noch gespeichert haben. Das Springen hatte gerade nicht funktioniert. Warum? Jetzt uns Plate-Goundlets. Okay. Kein Tower-Shield mehr, sondern... Äh, hier. Eisenhandschuhe. Wieso hat Springen gerade nicht funktioniert mit Shift-J? Ja, ja. Wir gehen erst mal so weit hier hin, wie es nur geht. Ach nee, da geht es schon wieder los. Machen wir erst mal das. Dann das. Und... Können wir fliegen. Aber jetzt sind wir immerhin hier. Bei dem großen Lava-Bereich hier. Lava-See. Können wir das hier zumindest schon mal ein bisschen erkunden. Hier haben wir wieder einen Schatz. 80 Goldstücke. Nice. Ähm, schnell nochmal. Ich glaube, wir nehmen diesmal ein paar Welttränke eher zu uns. Wenn die auch mal richtig kühlen würden. Ja. Ja. Und nochmal Shielding, jetzt funktioniert es. Ich glaube, wir müssen aber eher so hier mehr Richtung Mitte. Genau irgendwo hier, vielleicht da rein. Sondern Geister oder Zombies, die ich da höre? Okay, wo sind sie? Ich sehe die nicht. Ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal ein Savegame, aber auf die 3. Und jetzt ist auch noch der Zauber vorbei, Levitationszauber. Hat mir jetzt gar nichts gebracht, da rein zu gehen. Und nochmal hier ein bisschen fliegen. Da sind sie. Oh, ganz schnell heilen, 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 heilen. Ganz schnell, ganz schnell nochmal Shielding. Boah. So. Ist das jetzt? Ne, es geht ja noch weiter nach Westen. Ja, es geht noch weiter, da ist der nächste Geist. Wie weit willst du noch nach Westen gehen? Hier schon Ende, okay. Alter. Und das hier ist nur die erste Ebene. Das ist nur die erste Ebene. Wie weit soll es denn hier noch gehen? Ist hier eine Tür? Ja, hier ist eine Tür. Ich habe Angst, dass meine Handschuhe jetzt gleich aufhören. Das war jetzt das mit Papa. Ne, genau jetzt. Nein, 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 nein. Kok, 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 kok. Ja! Nochmal you do. Vielleicht nochmal. Bis und... Abla, bis! Uh! Das war jetzt! Das war jetzt! im letzten moment da haben wir noch einen ja ganz knapp dem tod noch in den Runden ah ok Inventar ist voll das heißt einmal kurz entleeren was wir nicht brauchen ey nein das wollten wir noch behalten ne genau das wollten wir nicht ich wollte das ah ok hier können wir das nicht einfach so droppen weil hier kein Platz ist wo wir sind dann hier bestimmt ah wieder an aber warte mal wenn wir das hier anziehen ok keine besseren Werte aber dann lassen wir mal trotzdem die an die droppen wir jetzt genau nein das die Dinger hier auch noch haben wir noch irgendwas ja hier haben wir noch magische Sachen ich kann jetzt wegschmeißen eh nix wert Akizashi sauf wir brauchen mehr von diesen blauen Dingern weil die geben meistens ordentlich Geld und wir müssen aufpassen dass wir nicht mal aus was ich den Abney Longbow hier wegschmeißen ok Healing Potions haben wir noch genug gut komm so können wir hier vielleicht auch nochmal ein Save Game machen aber auch die vier so würde ich sagen jetzt vielleicht noch den hier anwenden schauen wir mal wo wir sind wir sind schon ganz im Süden ok das heißt wir müssen jetzt da hin ah hier ist die Tür gleich zwei von denen ok wo müssen wir hin gibt es hier eine Tür hier gibt es eine Tür ach dann gab es auch noch eine Tür die wir noch nicht gesehen haben weil wir nicht auf die Karte geguckt haben der ist schon wieder hier gibt es immer nochmal ein bisschen Geld ja oh nochmal Healing und wie viel soll ich noch davon saufen von den Heidringen da jetzt ist der Zauber wieder vorbei lass mir raten ja hab ich doch gewusst dass wir da sind und hier kommen wir wahrscheinlich wieder beim Lava an genau ist er tot? würde ich sagen so jetzt ist die Frage müssen wir vielleicht hier rein in diesen Raum als das ein Raum ist der nicht so aus dass das ein Raum ist der nicht so aus dass das ein Raum ist natürlich der wieder das ist ja noch einer ja mein Shielding Ding da ist auch schon bald an seine Grenzen hier ist eine geheime Tür ah danke dass ihr zwei es mir zeigt da bin ich euch sehr sehr dankbar so nochmal Shielding und hier ich hoffe das führt jetzt zum letzten Stabteil hoffe ich wirklich da war noch eine Tür die wir nicht gesehen haben ok ah ok wir sind wieder hier was greift denn mich jetzt hier an woher kommst du auf einmal her jetzt können wir erstmal wieder nicht mehr fliegen ist aber in Ordnung ich würde sagen hier nochmal ein kleines Save Game 3 so ja dann lass mal da rein hier haben wir noch ein Schatz ok 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 aber wenn es nicht hier unten ist beziehungsweise vielleicht eventuell da kann der Stabteil irgendwo hier sein oder wir waren schon längst da und ich war zu doof was zu sehen aber hier ist wieder ein Toter hier scheint es auch nirgendwo weiterhin doch hier hier haben wir wieder die Tür genau da wollten wir hin sind wir schon da hier wollten wir rein genau hier waren wir auch schon hier waren wir auch noch nicht weiter nach Westen können wir nicht aber wir gehen mal durch die Tür die hier sein soll weg natürlich dass du jetzt hinterher kommst hier geht es nur nach unten also Richtung Süden lass mal da hin weiß noch ein Bracelet das heißt es wird nachher wieder Geld geben sagen jetzt noch mal kurz vielleicht Shielding und Heal 2 und das wird nachher lustig hier den ganzen Weg wieder zurückzufinden ja ich würde sagen den Bereich machen wir in der nächsten Folge ganz schnell weg ganz schnell weg ganz schnell weg und ciao ich habe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020